Geil jetzt auf dem Ton ey, wie wir weiter kommen. Ich dachte schon, der Typ ist hier tot, aber war es hier nur ein Jedi, also halb so schlimm. Die Jedi sind hier. Hol mich doch. Weit kommst du nicht. Waffe runter. Du kannst mich nicht. Jetzt gucken wir auf der Jedi Stufe hier viel einfacher vor. Ich kann aber nur noch eine Vermutung machen. Einbildung. Ach, 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 es geht keinen. Ach, ach, ach. Hol mich doch nicht. Was hast du denn drauf? Ach, 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 ach... 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 Was geht hier vor? Ich kann hier los. Ich kann hier los. Jetzt sind hier bestimmt Sif. Was ich eigentlich auch einfach so finde. Wenn du die ganz normalen Kültes Auf der anderen Seite war es die Meister. Doppelschwer. Ach man, hier geht ja nicht die Rolle. Doppelschwer. Jungs. Ich will dir nicht winken. Du kannst nicht mehr. Also. Ich dachte, du wärst eine Herausforderung. Die kriegt doch. Du kannst mich nicht stoppen. Fail. Was hast du denn da? Oh, wer denkt's nicht? Ich mach nicht. Machen ist mein Verwünschen. Was hast du denn da? Ich will dir nicht wehtan. Ja, aber... Eieieieieiei. Ich bin ein Jedi. Hast du? Ich höre hier einen Jedi, aber hier ist keiner. Noch zwei. Ich will dir nicht wehtan. Es rät diesen Stärker. Du kannst mich nicht stoppen. Ja. Kommt wieder an. Ich will dir nicht wehtan. Was hast du denn da? So. Ich dachte, die Jedi wären stark. Der Meister steht hinter mir. Du gewinnst nicht. Du kannst mich nicht stoppen. So. Was hast du denn drauf? Ne, ist nur noch. Ich bin ein Jedi. Du kannst mich nicht stoppen. Sind sie einer von uns? Nein. Die ist sinnlos. Mann, Mann, Mann. Ey, das war unfair. Du kannst mich nicht stoppen. Es ist ein Jedi. Hast du Angst oder willst du nicht? Das war nicht so. Ja. So. Nächsten. Man! Das ist doch unfair. Total unfair. Hast du Angst vor mir? Snorren. Bolscher Weg. Ich dachte, die Jedi-Bilden strahlen. Ich werde sie sehen. Mein Kronos. Ich werde sie sehen. Ich werde sie sehen. Ich werde sie sehen. Waren noch zwei Ah, ist ja klappen können Nö Ich hasse Raja Ich bin ein Jedi Du bist Ich bin ein Jedi Du bist Ich bin ein Jedi Wie ist er? Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich will dir nicht wehtun! Mann! Du bist ein Viertel! Mann! Nerv nicht! Ich will dir nicht wehtun! Hm... Das kommt natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Ich lauf ja jetzt durch, ich hab da ja jetzt keine Nerven mehr für... Wer ist es, Herr? Dogen! Stopp dich! Dogen! 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 Ja, ungleich wie Arachis. Das ist zumal. So. Tschüss. Ich drehe Kragners Grab und stelle dich, Therion. Wie kann man eigentlich durchlaufen, da die Jedi ja allein aufhalten? Ich drehe Kragmaschra. Ich bin ein Jedi. Sie haben keine Schau. Sie sind ein Single. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. So macht man das. Sie haben keine Schau. Lauf nicht weg. Stopp! Sie sind unzingelt. Sie sind unzingelt. Komm wieder. Komm wieder. Lauf nicht weg. Sie sind unzunehmen. So macht man das. Reinkommst du. Ah. Ich werde dich besiegen. Was ist das? Ich werde dich besiegen. Ich werde dich besiegen. Du bist ein Schwunger. So. Ich werde dich beschenken. 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 Zwei. Neuestigkeit. Ah, das war jetzt der richtige Physik oder so? Und da hat er gepusht und das fällt gerade aus. Bald kommst du nicht. Bald kommst du nicht. Ich möchte... Hol mich doch nicht. Ergeben Sie sich. Komm wieder. Komm wieder. So, und jetzt bin ich auch schon fast wieder am Ende. Im kompletten Ende Familie Akademie. Ein Let's Play neigt sich dem Ende. Stimm! Stopp! Da ist jemand. Überbrück! Waffe runter! Ah! 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 Ja! Diesmal kann man immer ein Andrechenohnsteht. Mach'sx2 Mach'sx2 Start! Oh, Korbenhinska, die nettes Grauen, so, hahahaha. Das gibt's nicht. Geil. Unter.